Ja, super. Dann willkommen zum obligatorischen Flutter-Talk dieses Jugendhakt. Weil es irgendwie langweilig ist, zum zehnten Mal den gleichen Flutter-Talk zu halten, gibt es dieses Mal ein bisschen einen anderen Flutter-Talk. Dieses Mal schauen wir uns an, wie Animationen funktionieren und wie das Rendering von Flutter funktioniert. Genau, ich habe das mal untertitelt mit Motion and how it works. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was Bewegung in Flutter bzw. im UX-Design überhaupt macht. Wozu Animationen? Was ist der Sinn davon? Schauen wir uns das mal an. Es gibt verschiedene Arten von Animationen, mit denen ich etwas zeigen will, etwas ausdrücken will. Das erste ist eine Art Hierarchie ausdrücken. Das habt ihr hier gerade gesehen. Das hat sich da bewegt irgendwie. Es wird irgendwas ausgewählt und es wird groß und die Animation zeigt klar, okay, diese Karte, das, was gerade angetippt wurde, ist expandiert, wurde gerade aktiviert. Das ist das, was wir hervorheben möchten. Das ist die Hierarchie, die wir ausdrücken möchten mit der Animation. Das ist eine der Arten von Animation. Eine andere beliebte Art, wie Animation und Bewegung verwendet wird im UX-Design ist, um Status anzuzeigen. Ihr seht das gerade, da sind gerade Nachrichten eingepoppt, obwohl erst am Anfang so ein Progress Indicator war und das schön animiert erspart uns einen hässlichen Übergang von irgendwie einem Ladebalken. Dieses softe Laden und dann übergehen ist auch eine Art, wie Animation den UserInnen zeigen kann, was gerade in einer App vor sich geht. Die dritte Art ist Feedback. Das heißt, hier seht ihr es, da wird irgendwas bewegt und dadurch, dass die anderen Karten sich umorientieren, wissen wir, okay, die Aktion, die wir gerade tun, ist erfolgreich. Das ist eine Rückmeldung an die UserInnen. Das, was auch immer passiert, funktioniert. Die letzte Art der Animation ist UserEducation. Da seht ihr es, da hat wer draufgetippt, dann hat es nicht geklappt, ist so gehüpft und wenn die richtige Aktion performt wird, dann funktioniert was auch immer gerade funktionieren soll. Das ist die vierte Art der Animation. So im Allgemeinen. Jetzt schauen wir uns an, was hat das mit Flutter zu tun und wie können wir das in Flutter machen? Spoiler, Flutter ist genial für Animationen. Ja, wie schaut das aus? Okay, ein Broken Link. Super, ich weiß auch eigentlich nicht, was da dargestellt sein sollte. Momentchen mal. Oh nee, das kann jetzt echt nicht sein. Okay, Netzwerk will nicht, wie ich will. Ja, schauen wir uns einfach mal an, was die Typen von Animationen in Flutter sind. Da gibt es verschiedene Arten. Die erste ist die Implicit Animation. Die sind ja relativ einfach zu implementieren. Sie sind effizient und bestehen eben aus einem Controller, der eine Animation annimmt und geben jeweils einen aktuellen Wert der Animation. Also irgendwie, wir geben beim Erstellen der Animation aus, wir möchten von irgendwie ein Integer durchanimieren, eine Farbe durchanimieren, was auch immer für ein Datentyp, der lerpable ist, möchten wir durchanimieren. Und da geben wir ganz einfach ein Anfangs- und Endwerk, irgendwelche Constraints, eine Dauer, die eine Animation haben soll, sowie die Art, wie die Animation abgehen soll. Das nennt sich Curve. Da zeige ich gleich noch ein paar Beispiele, was das sein könnte. Genau, auf so einen Controller kann dann irgendwie ein Listener gesetzt werden. Okay, immer wenn sich die Animation geändert hat, soll irgendwie etwas sich ändern. Und da lassen sich relativ einfache eine Animation mitbasteln, wie zum Beispiel, dass ich, wenn ich die App öffne, ist der Bildschirm grün. Wenn ich auf den Knopf tippe, startet diese Animation und dadurch, dass ich sage, in der und der Form, in der und der Geschwindigkeit, soll es sich ändern auf das und das Endergebnis. Jetzt habe ich von diesen Kurven gesprochen. Das sind Beispiele für Kurven. Da gibt es allen möglichen vordefinierten Spaß. Das sind jetzt die eingebauten Kurven in Flutter. Das sind von einfachen beschleunigenden Aktionen, wie die Ease-In-Sign-Kurve da hinten bis zu irgendwelchen total komplexen Animationskurven, wie der Ease-In-Out-Bounce-Kurve da ganz unten. Natürlich seid ihr nicht, wenn ihr irgendwie die Bewegung definiert darauf angewiesen, sondern ihr könnt natürlich jede mathematische Funktion der Welt verwenden, die ihr da reingeben wollt. Also ihr könnt von mir aus auch eine Kreisfunktion da reinbasteln, dass es sich wieder zurückbewegt. Everything is possible. Falsche Richtung. Genau. Wie schaut das Ganze aus in Flutter? Ihr seht hier ein kleines Listing. Das, was da häufig verwendet wird für Implicit Animations, sind sogenannte Animation Controller. Äh, Container. Das ist quasi einfach ein Container. Das Äquivalent in dem weitverbreitenden HTML wäre einfach so ein Div-Block und es ist relativ einfach. Alles, was sich an diesem Container ändert, ist animiert. Das macht viele Dinge total einfach. Ihr seht jetzt hier, dass da sind ganz viele If-Statements, also Inline-Ifs mit dem Selected. Falls dieser bullische Wert true ist, ist irgendwie die Breite 200, wenn nicht 100. Das heißt, da ändert was die Größe, je nachdem, ob dieser Wert A oder B ist. Und das sind eben diese Eigenschaften, die sich ändern. Und dann seht ihr unten, beziehungsweise fast unten, die Duration, die ich gerade beschrieben habe. So lange dauert die Animation und die Kurve, die das ist, das ist jetzt schon eine etwas kreativere Kurve. Das ist so ein schönes, beschleunigendes. Genau. Also das ist ein einfaches Beispiel für eine Implicit Animation und was da letztendlich passieren wird. Wir haben einen Container, der ist rot und blau, je nachdem, ob das gerade aktiviert ist, diese Animation. Wow, ich bin gerade voll überrascht, so viele Leute im Flutter Talk. Was ist hier schief gelaufen? Und ändert eben die Größe. Eine andere Art der Implicit Animation sind Tween Animation Bilder. Die sind relativ einfach zu implementieren. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch mit Flutter auskennt. Flutter basiert sehr viel darauf, dass sogenannte Bilder, Widget Bilder verwendet werden. Das heißt, es wird nicht statisch geschrieben, der und der Inhalt ist hier gerade vorhanden, sondern es werden Funktionen übergeben, die Inhalt bauen. Das seht ihr jetzt. Das ist alles, was hinter dem Return Statement dort ist. Also da seht ihr ein Bilder, der kriegt einen Kontext, auf dem gebaut wird und dann die Werte, die ich da habe. Der Tween Animation Bilder geht einfach durch ein Tween. Tween ist das Flutter-Äquivalent von einem Animationsbereich, würde ich es jetzt einfach mal übersetzen. Da seht ihr in diesem Falle, beginnt das bei 0 und endet bei 2 Pi. Dauert zwei Sekunden. Eine Kurve ist nicht angegeben, das heißt, das ist einfach eine lineare Animation. Wer sich etwas mit Mathematik auskennt, wird sehen, da wird sich etwas drehen. Genau. Das andere Art der total einfachen Implicit Animation, das ist total low effort, lässt sich total einfach umsetzen. Es braucht kein komplexeres Wissen über Animationen der Bewegung mit so einem Tween-Bilder oder einem Animated-Container. Können eigentlich alle Leute relativ einfach eine Animation umsetzen in Flutter. Aber manchmal darf es ja auch komplizierter sein. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Schauen wir uns mal die Explicit Animation an. Die basiert, anders als die Implicit Animation, die schon so High-Level-Werte wie eine Kurve und eine Dauer nimmt, basiert die Explicit Animation auf einem Tick-Up-Show-Vider. Was das ist, werde ich gleich erklären. Und baut letztendlich einfach für jedes Frame, was gerendert wird, in der App das Widget neu. Damit lassen sich etwas komplexere Sachen realisieren als mit einer einzelnen Implicit Animation. Also mit einer einzelnen Explicit Animation lassen sich letztendlich mehrere Implicit Animations erstellen. Und das wiederum kann unter Umständen effizienter sein, als quasi mehrere ineinander verschachtelte implizite Animationen zu haben. Weil die Implicit, wenn ich gleich aufs Rendering zurückkomme, werdet ihr sehen, das verträgt sich nicht so ganz. So, Rezept. Es braucht ein Single-Ticker-Provider-State-Mix-In. Dieser Name, er könnte fast deutsch sein. So lang ist das. Des Weiteren wird ein Animation-Controller besetzt und gesetzt, benötigt, wie auch immer. Und auf den muss quasi gehört werden, gelistend. Auf den, der wird einmal erstellt beim Initialisieren eines Stateful-Widgets. Und dann eben bei jedem Mal, dass der tickt. Dieses Ticken, das macht dieses Single-Ticker-Provider-State-Mix-In. Das sagt dem quasi jedes Mal, wenn meine Anwendung ein neues Frame rendert, je nachdem, wie schnell das Device, das Display aktualisiert, wird die tickt der und da wird ein neues Set-State von dem Listener rausgegeben. Beziehungsweise das müsst ihr selbst machen, das ist eine Low-Level-Implementierung, da muss sowas per Hand gemacht werden. Wie schaut das aus? Wir haben ganz einfach ein Stateful-Widget, beziehungsweise hier, damit es irgendwie auf den Screen passt, das ist jetzt einfach nur der State und wie die geschulte LeserInnen bestimmt, oder ZuhörerInnen bestimmt sehen, ist das noch Dart 2.6, nicht Dart 2.12, aber das wisst ihr bestimmt alle. Also wir deklarieren einmal einen Animations-Controller, einen Animation-Controller, sagen dem, okay, hier initialisiere dich. Das V-Sync, das muss auf diesen Ticker-Provider, der von diesem Mix-In, der oben, seht ihr in der zweiten Zeile, mit in den State reingemixt wird. Wenn ihr Mix-Ins nicht kennt, das ist eine Funktion von Dart, da können quasi einfach Klassen in andere Klassen mit reingemischt werden. Danach wird eben gesagt, okay, was passiert jetzt, wenn dieser Animation-Controller angeregt wird, wenn der tickt, das ist das AddListener, das wird auf Update gesetzt, die Funktion Update macht nichts außer dem State-Anime ändern. Und jetzt, gut, das ist jetzt etwas unkreativ, es passiert nichts bei der Animation, weil einfach nur ein Controller zurückgegeben werden könnte. Aber da könnten wir jetzt zum Beispiel den aktuellen Wert der Animation auslesen oder so und damit relativ komplexe, auch mathematischere Vorgänge beschreiben mit so einer Animation. Hier ist jetzt eine etwas detailliertere, da seht ihr jetzt zum Beispiel, da ist jetzt in dem Controller noch eine Dauer reingegeben, der kann natürlich auch da wieder eine Kurve bekommen. Es lässt sich auch ohne Kurve realisieren, je nachdem, wie ihr das mögt. Wenn ihr zum Beispiel komplexere mathematische Funktionen darauf geben wollt, es ist ganz einfacher, das einfach im Bild zu machen. Okay, ja. So, kleine technische Probleme beseitigt. Ich glaube, ich muss noch lauter gestellt werden, oder? Ist jetzt gut? Okay, genau. Also letztendlich außer der Tatsache, dass da oben noch eine Dauer gegeben ist, hat sich da jetzt nichts geändert. Achso, da ist noch das Forward, das heißt, die Animation endet nicht, sondern die ist endlos. Das heißt, in diesem Falle wird sich endlos mit einer Dauer von einer Sekunde ein Wert, die Standard-Constraints von einer Animation sind 0 bis 1, also es wird sich dauerhaft einfach irgendwas zwischen 0 und 1 animieren. Nur wird immer noch nichts sichtbar sein, weil immer noch nur ein Container gerendert wird. Etwas kreativ. Genau, eine dritte Art der Animation, das ist quasi auch eine Implicit Animation, macht es aber relativ einfach, ist ein Animated Builder. Das ist etwas Ähnliches wie ein Twin Builder, etwas Ähnliches wie ein Animated Container. Ja, es baut einfach aus einer gegebenen Animation, gibt es roh den Wert raus und ihr könnt ihn weiterverarbeiten, macht einige Dinge einfacher, aber wenn es etwas komplexer ist als irgendwie nur ein Container, die größer ändern ist, ist das meistens einfacher, als wenn ihr wirklich eine Explicit Animation schreibt. Und es ist halt trotzdem, ja, es ist ein bisschen anpassbarer, aber immer noch sehr viel einfacher als das Ganze manuell schreiben. Wie schaut das aus? Ihr seht, oben wird wieder ein Controller deklariert mit einer Dauer, in diesem Fall 10 Sekunden. Es wird wieder ein Vsync gesetzt. Also das bedeutet, wenn ihr aufgepasst habt, dass wieder dieses Single Ticker Provider State Mix in reingemixt werden muss, damit dieses Vsync gesetzt werden muss. Der repeatet sich unendlich lange und der baut, der kriegt ein Child, also ein statisches Child und dann, das ist das Schöne, nimmt der Builder, gibt dieses Child weiter und kann quasi mit einem statisch gesetzten Child-Modifikation, indem es in irgendwie Parenting Widgets, in dem Fall ein Transform.Rotate, gesetzt wird, sodass eben ein statisches Child, was nicht jedes Mal wieder gerendert wird, trotzdem animiert werden kann, indem es in etwas anderes verpackt wird, in diesem Fall in eine Transformation. Das ist sehr viel performanter als ein Animated Container, der jedes Mal komplett neu gerendert wird zum Beispiel. Auch sehr beliebt und ich glaube, die einfachste Animation der Welt sind sogenannte Hero Animations. Das beliebteste Beispiel, Build-in in Flutter, ist der Floating Action Button. Wenn auf zwei Screens hintereinander ein Floating Action Button sind und ihr eine Page Route zwischen den Screens habt, bleibt er einfach da. Wenn er jetzt an einer anderen Stelle wäre, würde er nicht da bleiben, Spoiler. Sondern er lässt sich einfach, ja es ist eine Animation, die reagiert auf Page Routes und das Netzwerk will es schon wieder nicht, aber egal. Ich kann euch einmal zeigen, was da sein sollte. Also am Anfang ist der Floating Action Button hier, jetzt klicken wir auf den Knopf und wir gehen auf eine neue Seite, also es wird eine Page Route getriggert von der Anwendung und die zweite Page, die wir jetzt haben, hat zum Beispiel den Floating Action Button oder was auch immer für einen Hero an der Stelle. Da macht der Hero Folgendes, er bewegt sich an die Stelle und skaliert auf die entsprechende Zielgröße. Das heißt, da macht ihr gar nichts schreiben, gar nichts mit einer Dauer oder so, sondern es passiert alles komplett automatisch in dieser Animation, dass sich eben beim Übergang zwischen zwei Seiten ein Anfangswitchet an die Position und die Größe eines Endwidgets überträgt. Wie schaut das aus? Stellt euch vor, dies seien zwei Seiten. Da ist ein Hero, da ist noch ein Hero. Heroes nehmen immer Tags, das kann irgendein Objekt sein, Hauptsache ist das Gleiche. Und wenn wir jetzt von der Seite auf die Seite mit einer Page Route gehen, werden wir sehen, dass sich dieser Hero in den Ziel Hero hinein bewegt und er übergeht. Und ja, sehr einfach. Wem das jetzt alles zu einfach war und wer es ein bisschen komplexer haben will, oder vielleicht auch gar nicht komplexer, sondern einfach nur schöner und schicker, kann das Animations Package verwenden. Das Animations Package ist ein offizielles Paket von Google im Dart Pub und es deckt viele Arten von Animationen ab, ist ein bisschen komplexer und ein bisschen umfangreicher als nur die Basis Animationen. Und es ist halt vordefiniert für ein paar mehr Cases. Und zwar für folgende Cases. Für Containertransformationen. Ihr seht, irgendetwas transformiert sich, öffnet sich, wird größer, bewegt sich dabei und geht in eine neue Seite über. Das ist sehr häufig irgendwie, wenn ihr eine E-Mail schreibt oder so, ein Floating Action Button, der groß wird oder so. Das lässt sich damit relativ einfach machen. Das ist ein sogenannter Open Container. Ein Open Container ist eben ein Widget, das von diesem Package provided wird, das ein Bilder für den geschlossenen und für den offenen Zustand annimmt. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, wenn du gerade geschlossen bist, nimmst du irgendwie einen Floating Action Button, der ein Plus-Symbol hat und wenn du groß wirst, bist du der Menü-Dialog, in dem weiß ich nicht, was gemacht werden kann. Das macht Übergänge zwischen Seiten, wenn wir uns wieder an UX erinnern, sehr viel klarer, weil den UserInnen klar ist, okay, die neue Seite, die jetzt gerade entsteht, die gerade angezeigt wird, die hat sich aus diesem Widget erstellt. Das heißt, das ist kontextual verbunden mit dem, was vorher zu sehen war. Andere Art der Animation im Animations Package sind Shared Access Transitions. Da seht ihr drei Arten der Animationen, einmal auf der horizontalen, einmal auf der vertikalen und einmal auf der Z-Achse, also einen Zoom durch die Achsen. Ist halt anders als ein Page View zum Beispiel, der sich wirklich von Seite zu Seite bewegt. Seht ihr, das ist so ein bisschen, es bewegt sich ein bisschen und fadet dabei so ein bisschen. Es sieht schick aus, ganz einfach. Ja, da gibt es zwei Arten von. Da gibt es einmal die Shared Access Page Transition. Da ist ein Übergang zwischen zwei Seiten, also zwischen zwei Routen, wenn ihr so wollt, in der App. Und das andere ist einfach die Shared Access Transition. Das ist einfach ein Widget, was ihr irgendwo raufhauen könnt, was einfach bei verschiedenen Childs, sobald das Child sich ändert, wird das umgerendert und diese Animation eben ausgeführt. Genau. Kleine andere Build-In-Animation von Flutter noch wäre das Animated-Icon für relativ häufige Sachen wie, keine Ahnung, ein Play-Button, der sich in Pause-Button verändert. Das ist eine wahnsinnig häufige Animation, hat Flutter eingebaute Animationen. Ja, hier seht ihr ein paar Beispiele. Es sind nicht allzu viele, aber es kann viel Arbeit erstellen. Also ich würde zum Beispiel diese Animation nicht in nativen Flutter Widgets schreiben wollen. Das macht bestimmt keinen Spaß. Es schaut dann etwa wie so aus. Es kriegt einen Progress, das ist ein Wert zwischen dem Anfangs- und dem Endwert. Und je nachdem, ob der jetzt gerade 0, 1 oder irgendwas dazwischen ist, könnt ihr eben sagen, okay, das ist jetzt gerade auf dem und dem Prozentsatz der Animation relativ einfach zu verwenden. Ich weiß jetzt nicht, wie ist das zeittechnisch? Ist noch Zeit? Okay. Falls Leuten das jetzt gerade zu einfach war. Es geht komplizierter. Ja, ich würde damit jetzt, weil Animationen da doch etwas intensiv sind im Rendering und so weiter, gerade wenn wir daran denken, dass zum Beispiel bei einem Ticker-Provider auf jedem Frame gerendert wird, was passiert überhaupt beim Rendering? Was macht Flutter da? Ja, schauen wir uns doch mal an, wie die Engine funktioniert. Jetzt kleiner Cut von Animationen geht es jetzt zur Engine. Hier eine kleine Übersicht, wie Flutter aufgebaut wird. Es gibt einmal das Framework, das ist ein Dart, die Programmiersprache, die zu Flutter gehört, die für Flutter entwickelt wurde, beziehungsweise eigentlich mal als Ersatz für JavaScript, weil irgendwelchen Leuten JavaScript nicht gefällt, hat sich nicht durchgesetzt und dann dachten sich Leute, okay, lass mal Flutter draus bauen. Und dann gibt es die Engine, die entsteht, das ist jetzt etwas abgespeckt, da sind noch mehr Sachen drin. Die entsteht aus der Rendering, Library, Skia, Dart, der Programmiersprache und Text. Also dem, was letztendlich das Betriebssystem an Texten kennt. Das Framework besteht von oben nach unten betrachtet, hierarchisch. Oben sind quasi die high-leveligsten Sachen. Das sind so diese schicken Widgets, die ihr kennt. Irgendwelche Knöpfe mit Schatten rund, blinkend, weiß ich nicht was. Oder irgendwelche Apple-Style-Sachen. Da drunter quasi in der Hierarchie werden dann so normale Widgets wie ein Container, der erstmal kein Aussehen hat. Ja, der Container, die müsste ja ein Aussehen noch geben. Wiederum da drunter sind Rendering Objects. Damit habt ihr in der Praxis in Flutter fast nie zu tun. Wer mal mit Canvases und Custom-Paints in Flutter gearbeitet hat, wird indirekt mit Rendering Objects gearbeitet haben. Rendering Objects sagt ihr anders als Widgets, nicht direkt, okay, das ist ein Widget, sondern Rendering Object sagt ihr, so und so wird gerendert. Das heißt, die haben anders als Widgets, achten die nicht auf Constraints, auf Pixel-Overflow, sondern es wird einfach gerendert, was da steht. Punkt. Da drunter, damit es gerendert werden kann, haben wir natürlich irgendwie eine Library, die painten kann, die Dinge auf dem Screen anzeigen kann, die erkennt, dass ich irgendwo draufklicke. Das ist die Geisture-Library. Und was, worüber wir gerade gequatscht haben? Animations. Animations sind letztendlich Teil vom Painting, ist aber dezidiert aufgeführt, weil die Animations eben relativ rechenintensiv sind. Ja, keine Ahnung. Da drunter liegt die Foundation. Die Flutter Foundation ist das, was letztendlich die Schnittstelle zur Engine bietet. Das ist die Schnittstelle zu dem, was in JavaScript, in C++, in Swift, in Java, was auch immer für eine Programmiersprache, auf dem Device, auf dem ihr gerade arbeitet, passiert. Beispiel, was ich gerade gefixt habe in der Flutter Foundation, ist die Kommunikation zwischen JavaScript im Browser und dem, was ich in Flutter schreibe. Wenn jetzt Flutter, schauen wir uns die Accessibility-Library an, wenn da jetzt irgendwie ein Accessibility-Attribut in Flutters Accessibility-Eigenschaften gesetzt wird, da muss ja JavaScript oder C++ oder der Android-Accessibility-Service oder iOS muss ja wissen, okay, das ist jetzt ein Accessibility-Attribut. Und das macht die Foundation, die kommuniziert quasi zwischen Flutter und dem Betriebssystem, dem Device, dem Host, wenn ihr so wollt, selbst. Wenn wir jetzt was rendern, dann passieren Dinge. Das ist jetzt das Beispiel von einer Animation mit einem Stateless-Widget. Die GPU, falls eine vorhanden, oder was auch immer für ein Graphical Procession Unit, gibt das V-Sync. Das V-Sync ist wirklich okay, ich rechne gerade, weil ich total ausgelastet bin, nur mit 17 Frames die Sekunde. Oder ich habe gerade voll Leerlauf, lass mal 120 Frames die Sekunde rechnen. Das ist das V-Sync, das sagt der Engine letztendlich und über die Foundation auch dem Framework, okay, in genau diesem Sekundenbruchteil wird ein neues Frame gerendert. Und da reagieren wir eben mit Animation drauf. Da tickt dieser Ticker-Provider, den wir jetzt schon mehrfach hatten, und bildet, wenn wir das so gebastelt haben, also ich gehe jetzt einfach mal in dem Ablauf davon aus, dass wir keine Fehler gemacht haben, das macht es einfacher. Also, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann wird auf dem Tick, wird das Widget, was wir gerade haben, neu gebildet und nicht nach dem Tick, weil das wäre irgendwie, das könnt ihr euch vorstellen, als würdet ihr mit einer Kamera, mit 30 Frames die Sekunde, ein Screen mit 25 Frames die Sekunde abfotografieren. Da seht ihr dann so grafische Glitches. Würde es dieses V-Sync nicht geben, hätten wir das in Flutter. Flutter erlaubt es euch nicht, das falsch zu machen, dementsprechend brauchen wir uns darum, keine Sorge zu machen. Genau, nachdem das jetzt getickt ist und das Widget, keine Ahnung, unser Icon, sein ein Pixel größer ist oder sein drei Pixel größer ist, wird letztendlich gelayoutet, wird geguckt, okay, jetzt sagt das Widget, ich habe die und die Größe, ich bin drei Pixel größer als vorher, jetzt wird gelayoutet. Und nachdem wir alle Widgets und Flutter letztendlich entschieden haben, okay, dieses Widget ist so groß, dieses hier braucht da nochmal 20 Pixel, das ist eine Reihe, also wird die jetzt zwei Pixel größer. Nachdem das alles entschieden ist und das Layout von der Engine gemacht wurde, wird dann letztendlich die Paint Library aktiviert und je nachdem, auf welchem Device wir gerade sind, auf den Mobil-Devices, ist das Skia die Library. In der Web-Version ist es entweder Canvas Kit, das ist ein Web-Assembly-Framework, oder direkt DOM und JavaScript, da drin wird dann gepaintet. So, und was ist jetzt diese große Sache, wer sich mit Flutter beschäftigt wird, wird die Worte Stateful und Stateless nach mindestens, nee, nach maximal fünf Minuten Verwendung von Flutter schon mal gehört haben. Und in diesem Rendering, da ist der Unterschied, was macht ein Stateful und was macht ein Stateless-Widget aus? Ein Stateless-Widget definieren wir einmal. Nachdem es definiert wird, nachdem es definiert ist, wird es gerendert. Stellen wir uns das hierarchisch vor, wir haben oben ein Widget, das enthält eine Column, eine Reihe mit ganz vielen anderen Widgets. Und das hat ein Parametergröße. Sagen wir einfach, das ist anfangs auf 60. Und ein Stateless-Widget kriegt jetzt, also unser Stateless-Widget, was wir gerade verwenden, sagen wir einfach, das ist ein Container oder so, oder irgendwas, ganz in der Size-Box, das kriegt einfach eine Größe, kriegt jetzt diese Größe, 50, die Größe ist gerade 50. Das wird jetzt einfach einmal gerendert und sobald das Widget, was diese ganz vielen Dingense und diese Reihe enthält, sobald sich in dem die Größe ändert und ein Set-State aufgerufen wird, werden sich alle darunterliegenden Stateless-Widgets ändern, weil alle diese Größe haben und die sich geändert hat. Das heißt, ein Stateless-Widget wird neu gerendert, sobald sich irgendetwas an dem Constructor davon ändert. Das heißt, es hat keinen Zustand. Es ist einfach das, was ihm gerade gegeben wird, rendert ist. Ein State-Full-Widget funktioniert da anders. Ein State-Full-Widget kriegt einmal Ausgangsparameter und kann, wenn es sich ändert, selbst entscheiden, render ich jetzt neu, nee, das ist eine unwichtige Änderung, da brauche ich mich nicht neu rendern. Beispiel zum Beispiel, ein Widget kriegt ein Callback, also eine Funktion, mit der es das Parenting-Widget eine Benachrichtigung senden kann, wie auch immer es ausgedrückt wird. So, wenn sich das ändert, ist das für unser Rendering scheißegal. Da brauchen wir das im Zweifel nicht neu rendern. Und das kann ein State-Full-Widget selbst entscheiden. Es geht sogar noch weiter, ein State-Full-Widget kann natürlich auch selbst entscheiden, okay, gerade hat sich etwas im UI geändert, ich habe einen Timer gestellt auf fünf Minuten, nach fünf Minuten muss ich meine Größe ändern. Das State-Full-Widget kann quasi eigene Methoden, eigene Eigenschaften haben, die sich von selbst quasi ändern können. Und das ist so der Unterschied im Rendering von State-Full und State-Less. Das heißt, wenn ihr quasi eine App versucht, so ganz banal gesagt nur aus State-Less-Widgets zu bauen, werdet ihr die imperformanteste App der Welt haben, weil bei jedem Ändern der Ausgangsdaten die komplette App neu gebaut wird. Wenn ihr State-Full-Widgets habt, können diese Widgets quasi, da gibt es die Override-Dit-Update-Widget, oder wie auch immer, die könnt ihr quasi listenen, da kann das Widget selbst entscheiden, okay, muss ich jetzt neu bauen oder nicht. Andersrum gibt es auch die Möglichkeit, die Methode State-State aufzurufen, damit kann das State-Full-Widget quasi selbst entscheiden, okay, jetzt ist Zeit, dass ich mich ändere. Das nochmal schematisch etwas schöner dargestellt, als ich es gerade erklärt habe. Wir initialisieren es einmal, das ist der Init-State, danach wird es gebaut, jetzt können Dinge passieren, jetzt ist es erstmal sauber, es ist alles getan, was getan werden muss. Jetzt kann es sein, dass irgendwie das Parenting-Widget, was dieses Widget, unser State-Full-Widget gerade enthält, eben sich ändert, dass es dieses Dit-Update-Config, es hat sich irgendwas geändert, oder Set-State, ich bin gerade selbst der Meinung, ich muss mich ändern. Und auch wichtig, gerade wenn ihr so Sachen wie auf Streams oder auf Streams listent oder auf irgendetwas, was quasi nachdem das Widget gar nicht mehr existiert, existiert irgendeine globale Variable oder so oder irgendeine Inherited-Variable, wenn ihr darauf listent, dann müsst ihr aufpassen, dass wenn das Widget quasi nicht mehr auf dem Screen ist, dass das disposed wird, weil ansonsten, zum Beispiel, wenn ihr auf jeder Änderung eines Stream-Builders oder eines Streams das Widget neu bildet, würde der versuchen, das Widget, was es gar nicht mehr gibt, neu Set-State aufzurufen, und es geht natürlich nicht, das ist, werdet ihr Errors sehen und es wird ineffizient und inperformant. Deshalb dispose für alle möglichen Stream-Subscriptions oder was weiß ich für Controller, die ihr verwendet. Jetzt kann ich nicht mehr weiter, obwohl es noch eine Slide gibt. Okay, auf der nächsten Slide steht eigentlich nur noch The End. Das war's. Das war's. Gibt es noch Fragen zu Animation, User Experience oder Rendering in Flutter? Ja. Nee, Did Update, es gibt verschiedene Did Update Overrides, die werden aufgerufen, wenn, so, wir haben unser Haupt-Widget und das enthält fünf andere Widgets und die haben einen Parameter und wenn der Parameter vom Constructor, vom Widget sich geändert hat, also zum Beispiel, um bei dem Beispiel mit der Breite zu bleiben, unser Stateful-Widget kriegt eine Breite und das Parenting-Widget entscheidet, okay, die Breite ist jetzt fünf Pixel weniger, kann ein Stateful-Widget selbst entscheiden mit diesem Did Update Overrides, ob es jetzt den State neu setten soll oder nicht, ob es die neue Breite ignorieren soll oder ob es quasi irgendwas davon ändern muss. Dafür sind diese Dinger und deshalb geht der Pfeil auch wieder nach oben, weil dann, wenn es sich entsprechend entscheidet, sich neu zu bauen, wird eben das Widget neu gebaut, dann haben wir wieder das neue Layout, nachdem klar ist, wie das Layout ist, wird es gepaintet und so weiter. Ja, sonst noch Fragen? Ja, dann danke für eure Zeit. Vielen Dank.